hallo meine lieben und willkommen zurück zu einem neuen video nein du bist nicht gemeint so da gehen wir mal hier rüber da ist die zählte So, ich will sagen, wir sehen uns, wenn wir da sind. Okay, angekommen. Zwei, ne? Es müssten aber drei sein. Und... Jetzt muss ich kämpfen! Ich komm hier nicht weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh, ja! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann wollen wir doch mal mit dir reden. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Das war's für heute. Das war's für heute. Sorry. Ich geh schon mal vor. Und ich würd sagen, wir sehen uns, wenn wir gleich beim letzten Teil sind. Bis gleich. Ich glaube, wir sind da. Zumindest haben wir ne Ausgabe bekommen. Das war's für heute. Boah, die ist da. Schwäche wie der Feuer. Ja. Die Sache endet hier. Oh, du Eckstisch ist gar nicht schön. Das ist total. Das war's für heute. Warte mal, du hast da auch so schöne Stocken, die brennen können. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott! Boah! Dann! Das war's für heute! Bully! Nein, das war nicht unsere Aufgabe. Aber doch, das war unsere Aufgabe. Der Dude läuft dahinten. Oh mein Gott. So viel zum Thema Leichtsgepäck. Ja, ja. So, der hätte uns hier fast gehabt. So, gehen wir mal reden. Gehen wir doch mal reden, aber sammeln erst mal diese rote Blume ein. Das brauche ich später noch. Ja, zum Glück waren es nur zwei. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband! Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Okidoki. Dann gehen wir mal da wieder hin, wo wir hin müssen. Und den Weg wieder auf uns hin zurück. Wir sehen uns dann gleich wieder. So gut wie angekommen, hab mich auch keinmal verlaufen. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zu tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem, nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naaman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Yes. Und jetzt machen wir mit der Hauptquist mal weiter, oder? Obwohl, hier ist meine näher verbundene Zone. Falsche Taste. Oh, wir haben Fähigkeitenpunkte. Mächtig und Elitegegner lautlos erledigen. Mächtig und Elitegegner lautlos erledigen. Okay. Mächtig und Elitegegner lautlos erledigen. Mächtig und Elitegegner lautlos erledigen. Amen. Ich glaube, wir machen erstmal das. Jetzt haben wir wieder keins. Das ist die Hauptquest. Die machen wir ja auch jetzt. Ja ne, der Sturmvogel ist zu stark. Okay, dann gehen wir mit der Hauptquest weiter. Sehr schön. Ich glaube, ich muss runter, ne? Wo war der Aufzug? Was ist denn hier? Ich möchte das gerne auch machen. Geht rein, schade. Da ist der Aufzug. Genau. Hallo. Ich hab's gedacht, dass du mit mir redest. Warum denn nicht? Siehst du so fein aus? So, jetzt müssen wir nicht auf den Aufzug warten. Das wollte ich nicht. Ja. Ja. Ähm. Ich hoffe, ihr hattet eines in der Woche. Haben ein bisschen unsere anderen Videos angeguckt. So. Dazu geliked und abonniert. Da würdet ihr uns sehr gefüßt. Alle haben den großen Zusammenhang der Dinge in unserem Platz. So. So. Ich hab hier einen guten Händler. Ich mach dir einen guten Igen mal diese Waren. Ich mach dir einen guten Igen mal diese Waren. Wo werden die Waren zu? Ja, ich hör euch. Die seh ich aber nicht. Bessere Waren findest du nirgendwo. Ja. Wo seid ihr denn? Ich mach dir einen guten Preis. Ja, ne. Lass mich machen. Nee, ist okay. Möcht' auch einfach. Das ist doch auch nicht. Möcht' auch einfach. Möcht' auch einfach. Das ist doch auch nicht. Ist okay. Brauch' nix. Ich würd' sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir angekommen sind. Bin gleich. Ich glaub' ich bin angekommen, ich weiß es aber nicht. Schau mal. Hier sollte es sein, oder? Also zumindest würde ich das so sagen. Oh, hallo Fuchs. Nein. Das ist... Was ist das? Oh. Das ist hier hinten. Was ist das denn dann hier? Was ist das denn dann hier? Dann... Machen wir das eben. Dann... Und dann... Würde ich sagen, war's das für heute. Der Weg ist dann doch ein bisschen länger als Götter. ... ... ... ... ... ... ... Feindlicher Fremder. Feindlicher Mensch. Ja, wenn ich vor allem den... Ja, das bewegt, ok? Ah, der kommt wieder, ok. Da sieht man mich nicht natürlich nicht. War so unauffällig. Ich muss da an das Gebüsch kommen, dazu muss der gehen. Oh. Oh. Die Deutschen hilft, aber hör auf, bevor sie zu rot werden. Oh. Der ist da einfach umgefallen, ich habe nichts getan. Ich hoffe doch verrät mich jetzt. Einfach weiter gehen. Warum müssen wir denn jetzt gucken gehen? Ja, du musst es nur nicht glauben, er ist tot. Da oben ist auch einer. Ok. Hallo, du ganz falsch. Wie sollst du sagen, pflegte? Geduld. Hier ist nichts. Soll komm du mal wieder hier hin? Kann ich die nicht reinziehen oder so? Kann ich die nicht hier reinziehen oder so? Oder so wie noch? Wo ist alles degraubt? Wchi nicht? Hier ist nichts. Jetzt nicht. Wchi nicht. Wommst du mir! Wchi nicht! Der ist alles. Wchi nicht. Wchi nicht! Oh my god! Hi! Ofters hier? Ihr seid noch zu viele, ja. Ihr seid noch viel Stück. Komm, geh mal. Gehst du da auch mal weg oder eher so nicht? Das ist so wie die da, ja. Ja, weil hier ist halt nur ein Überlebender und den würde ich gerne... ...und dann aber... ...und dann... ...und dann... Wenn ich den Kopf wegkriege, ne? So. Pumps. Wenn wir Meridian zurückholen, werden wir all den Dreck aus dem Gestein brennen müssen. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Stürb, Abdröniger! Ah, das ging ja doch einfach als gedacht. Ja, mal gestehen. Mehr kann ich nicht tragen. Aber wie kommt man jetzt hier hoch? Aha, hier Treppen. Okay. Na, ich springe ja nicht runter. Lass nicht sein. Hallo? Hallo? Was hat das an? Okay, da kommt man erstmal. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja! Wo ist denn jetzt der? Was ist denn da? Hä? 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 Wo ist denn der? Da? Ich muss doch hier bestimmt irgendwie rein. Ich frage das noch nie. Hä? Wie kommt man denn da rein? Hä? Ne? Ich frage das mitmachen. Also habe ich sicher das mitmachen. Ich frage das mitmachen. Oh, da ich sie denn mitmachen. Oh, mein Gott. Da muss doch irgendwie da reinkommen. Ich dachte, vielleicht steht da ja ein Schlüssel, aber hier ist einfach nichts. Man kommt da einfach nicht rein? Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Einmal bitte in den Tag. Ja, was seid ihr? Da muss irgendwas los werden. Ja, das ist super. So, ja, keine Ahnung. Falls ihr wisst, wie man da reinkommt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Ich finde keinen Weg. Okay, das ist so eine Kühlsaft. Nee, ich wollte... okay. Ah, ach, was ist noch? So, ich dachte, jetzt kommt man hier runter. Aber nein. Ja, der ist da. Wie komme ich da hin? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja. Wir gehen jetzt erst mal... Das nehme ich lieber mit. Speichern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi. 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 Tschüssi.